Ja Leute! Direkt weiter geht's hier. Und ich probier hier irgendwie... Ja, erstmal geh ich jetzt wieder zu der netten Fee. Denn die ist ja so nett und heilt mich, ne? So. Hallo nette Fee. Danke fürs Heilen. Aber, ich frag mich grad echt... Wo denn eventuell das Schloss ist? Oder war da oben? Da muss ich hin. Hier so. Ja, okay. Hm, ja, hm, hm, ja. Wie komm ich da hin? Erstmal wieder Frühling. So. Ja, so. Okay, hauptsächlich häng ich da oben fest, ne? Ich überleg grad, Leute. Ich überleg grad, ja? Da hoch, da will ich hoch. Hm. Halt, warte. Ich glaub hier kann man irgendwo... Ja, genau. Wusste ich's doch. Ich wusste doch. Ich wusste... Mann, das wollte ich nur nicht. Ah, ich hab die Idee. So, Winter. Night's filled with longer hours. Hey. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-da. So. Ja, Leute, man darf sich auch mal verarscht fühlen in diesem Spiel. So. Jetzt aber weiter hier. Zack. Ach, du Kacke. Oh Mann, ich steppe hier gleich. Fliegender Coco. Flatter wird festgehalten, andernfalls wird's gefährlich. Ach ja, klar, ich muss ihn ja nehmen. So. Ich schaffte, ich schaffte. Yeah. So, und nun, hier ist der Schlüssel, der, der Dings hat, ne? Ich hab's gewusst. Oh, an meinem Fenster reiten grad Pferde vorbei und Kutsche und so. Da haben wir welche geheiratet. Mein Glückwunsch. Ich kenn euch zwar nicht, aber okay. So, Sommer brauchen wir. Und ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Super Dungeon hier. Level 4, Tanzdrachenhöhle. Die Musik ist ja immer echt geil, Alter. Kann ich dich irgendwie lauter machen hier so? Genau. Ach, du Kacke. Cool hier. Hier ist nix. Doch. Hm. Na, okay, wollen wir mal gucken hier. Also, ich glaub, der Dungeon hier war schon etwas anspruchsvoller. Bin ich mal gespannt. Bomben. Will ich hier irgendwo hin? Ich weiß das ja nicht. Okay, da brauch ich die Bomben. Ja. Bäm. So, was ist hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind neun. Ah, ich glaub, das ist so gemacht. Das geht ja eigentlich gar nicht anders. Ich muss ja so rangehen. Und ich glaub, das ist extra so gemacht. Dass ich eins, äh, so von, von sich aus so machen muss. Ihr wisst schon. Also, dass ich, dass ich mich auf einem Ding raufstellen muss, um, um irgendwas zu machen hier, ne? So. So. Alles klar. So, mehr ist hier nicht. Ja, gut, dann geht's jetzt hier lang. Bäm. Muss ich die killen, oder was? Ne, halt, äh, ach so, ja. Wenn weiterlös ist. Äh, äh. Na toll. Magusse, oder Magister, oder... Wadwissicke, wadda die Mehrzahl ist. Höh. Verwirrend. I'm very confused. Confi-usted. Höh. Nein. Oh, das ist schwer. Etwas. Nein. Ich muss irgendwie... Ja, gut, ich hab's. Hoffe ich. Ja. So. Nein. Ähm. Ja, das Licht brauche ich eh nix. Ich bin doch eh hier noch. Meine Fresse. Ein weiterer Schlüssel. So. Scheiße. Ja, ja, ich weiß, das ist nicht so schlau von mir. Hm. Ja. So. Und zack. Nein. Boah, fuck. Kann mir mal jemand sagen, wo ich jetzt überhaupt bin, Mann. Ich seh ja nicht mehr durch, Mann. Hau mal. Hm. Aha. Ich hab die Karte. Leute, ich hab die Karte. Ah ja, wie schön. Erst mal ein paar Herzen ansieht das hier. Na egal. Hier ist doch irgendwo was. Oder nicht? Höh. Ach so, jetzt bin ich ja hier. Ach nee, ich geh erstmal wieder zurück. Ich sterb einfach. Töten, töten, töten. Ja. So. Nun geh ich hier lang. Ja, ich hab noch genug Zeit für den Part. Das ist gut. Muss ich einfach alle killen, oder was? Oder ich kann das Ding verschieben, wenn alle tot sind. Jaja, ist okay, man. Da, 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 da. Es gab schon mal schlimme Skelette. Äh, schlimmere Skelette. Alle klar. Und der Kompass. So, was haben wir denn hier schickt? Nichts. Ja gut, dann geh ich jetzt hier lang. Herzen, 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 Herzen. Ja, voll uncool. Ja, ich kann ja nur nix ausrichten gegen die. Ich hab ja nur kein Schild mehr, ne? Boah, mega lag. Ich hab'n Schlüssel. Boah, ha, ha. So, was sagt mein Kumpel hier? Mehr Tempo führt zu weiteren Sprüngen. Ach, wirklich? Ah, verstehe. Deswegen sagt er mir das. Wo bin ich denn jetzt? Ach, du Kacke, ey. Oh, nee, das sind die Eulen, die Knochen werfen. Na, egal. So. Hier brauche ich die Schleuder. Ist klar. Ähm. Mann, war das schwer zu bekommen, Alter. Ich glaub's nicht. Meine wahre Gestalt bleibt im Dunkeln verborgen. Der sieht aus wie so ein Nosferatu. Ach, ja klar. Dann seh ich, welcher der richtige ist. Er da. Was muss ich denn machen? Da ist er. Ah, klar. Verstanden. Er da. Ich glaub, er kann auch nur Scham bekommen, wenn's hell ist. Ohm. Nein. Fuck. Nein. Ist er tot? Nee. Ja, jetzt ist er tot. Ach, du Kacke. Das ist so groß hier, ey. Und da hat ja auch keiner gesagt, dass die dann sonst leichter werden. Von daher ist das okay. Ja gut, hier komm ich nur hier lang. Ja, komm ich auch nur hier lang. Hier geht's nur hier lang. So. Das soll nur ohne die Schwierigkeit sein. Oh doch. Das ist die Schwierigkeit. Und geschafft. Du hältst die Schleuder. Sehr schön. Die Akanon-Kerner sind eher unwichtig. Die kann ich also verbrauchen. So. Wo will ich lang? Ich will... Eigentlich muss ich eh beides machen. Erstmal guck ich, was... Ja, erstmal guck ich, was da ist. Zack. Oh, muss ich das erst sehen? Oh, da hast du. Nio. Hä? Wo bin ich denn nu? Nein! Mhm. Ich scheine hier schon mal gewesen zu sein. Hallo, was ist denn mit Herzen irgendwie? Schon mal davon gehört? Ah, boah. Sau knapp. Jetzt bin ich hier. Auch cool. Aber bringt mir noch eine Schwierigkeitsschlüssel ab. Maaan. Okay, Kumpel, dann lass mich mal hier lang. So, zack. Pua. 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 Nein, uncool. So. Nein, was ist denn da? Mano. So. Weiter geht's. Bam, bam. Scheiße, hab ich viel Cola. Fällt mir jetzt mal so auf. Nein. Ich hab auch hierfür keinen Schlüssel. Achso, ja klar. Ja. 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 Och man. Ist okay. Ja Leute, ich merke schon, ich bin gleich am Arsch. Bam. Bam. Achso, ja klar. Fackelfeuer brennen. Zack. 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 So, dann mach ich die mal schnell tot. Ja, okay. Kann man immer ja brauchen. So, jetzt will ich aber hier lang. Lass mich doch mal leben. Ja, ein Schlüssel. Seid sterb ich. Dann geh ich hier rein. Obwohl ich mir ja erstmal... ...Blutkerne. Hört ihr gewusst, dass ich hier... ...obwohl ich hab eh noch Geld, Mann. So, da wollen wir lang. So, alles klar. Jetzt aber. Falsch. Ich muss hier bestimmt alle killen. Eine andere Erklärung hätte ich dafür gar nicht. Ja, komm mal her hier. Komm mal her hier. Halt, wartet. Höh. Cool. Cool. Ja. Doch recht cool. Ja, Leute. Ich bin gerade am überlegen. Also nicht wundern. Aber ich hab grad was gesehen. Auf der Karte. Höh. Was du suchst, liegt im Auge. Ja, bitte was? Kann der alte Mann auch mal deutlich reden. So. Fuck, ich muss aufpassen. Nicht, dass das Spiel hängen bleibt, wenn ich sowas mach. Aber irgendwo kann ich noch einen Schlüssel bekommen. Das weiß ich. Hm. Geht hier lang. Jein. Das ist wieder der Raum. Ne, hier ist nix. Wo bin ich jetzt so? Hier. Jetzt bin ich ja sogar hier. Ist ja auch cool. Hooray. Und da muss ich hin um... Das finde ich jetzt ja nicht so cool, Leute. So. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich probier's einfach da. Zack. Ah, hier ist auch irgendwas los. Okay, hier krieg ich dann bestimmt den Schlüssel. Ja. Alles klar. Okay, Leute. Ich würd sagen, ich hab's dann so gut wie geschafft. T-t-t. So, ja. Kann ich mal sterben. So. Jetzt muss ich irgendwie gucken. Runter und links war das. Nein, falsch. So. Oh fuck, Leute. Ich bin schon wieder voll... ...Zeit übertrieben und so. Oh fuck. Oh kacke. Das ist ein langes Video. Na gut. Äh, äh, äh. Ich hab nicht drauf geachtet. Sorry. Also sag ich bis zum nächsten Part. Und dann geht's weiter. Also, ciao, ciao.